Sich Raum geben Kommen Sie in einen bequemen Sitz, in dem Sie sich gut aufrichten können. Schließen Sie die Augen und ziehen Sie sich zurück in Ihren inneren Raum. Verbinden Sie sich dort mit dem Kommen und Gehen Ihres Atems. Spüren Sie, wie Sie für jeden Einatem von innen heraus Raum erschaffen, in den Ihr Atem dann einströmen kann. Mit jedem Ausatmen schwingt dieser Raum ganz sanft in sich zurück. Einatmen, Raum entsteht. Ausatmen, alles entspannt nach innen. Einatmen, Weite entsteht. Ausatmen, alles entspannt nach innen. Einatmen, in die Weite entspannen. Ausatmen, in die Sammlung entspannen. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie sich einatmend weit über Ihren Körperraum hinaus ausdehnen. Und, dass auch dieser Raum mit dem Ausatmen ganz sanft in sich zurückschwingt. Einatmen, in die Weite des Raumes entspannen. Einatmen, ausatmen, alles schwingt sanft zurück. Einatmen, nehmen Sie sich Raum. Ausatmen, entspannen Sie diesen Raum. Noch einmal, einatmen, nehmen Sie sich Raum. Ausatmen, entspannen Sie diesen Raum. Bleiben Sie nun in einem meditativen Gewahrsein der Weite Ihres inneren Raumes. Und der Weite des Raumes, der Sie umgibt. Let's do is do is let's do is let's do so. eine Weite des Raumes. Ausatmen, entspannen Sie sich mit diesem Raum. Du hast ein Leite des Raumes. Nehmen Sie dann diese Erfahrung von Raum mit in Ihren Tag oder in Ihre Nacht. Amen.